Dieses Lied klingt dramatisch, aber ich schreibe Worte nicht gut. Wenn du kein Deutsch sprichst, klingt dieses Lied sehr gut. Du denkst für singen, über wie lernst es, zäug. Aber in Wirklichkeit singe ich über keine Zäug. Ich singe, uber. Dieser Teil ist intensiv und emotional, solange du es nicht verstehst. Dein ausländischer Oma wird dieses Lied lieben, bitte schicke es zu ihr, und sie wird mit ihr ausländischer Freundin sprechen. Über das Lied, dass du zu ihr heute schickst, dieser Lied wird die Schatz erobern, weil es klingt wie... HOLD PLAY! HOLD PLAY! Dieses Lied klingt wie... HOLD PLAY! HOLD PLAY! Dann nehm ein paar, lalasen es, lalalalala, lalalalala. Hoffentlich hört deine ausländische Oma dieses Lied jeden Tag. Wenn sie dich um eine Übersetzung fragt, sollst du das sagen. Eine perfekte Übersetzung gibt es nicht, mindestens nicht für deine Sprache. Aber wenn du musst wissen, denke dass 50 Billionen Regenbogen und die Sonne und der Mund gehen unter und du sitzt in einem Pavilion, dann Gott kommt von den Himmel und gibt dir ein Millionen Euro. Nimm dieses Gefühl und mach ein Lied. Ich kann ihn übersetzen, aber das dauert zu lang. Ich hab ein Zeug zu machen, Oma. Ich hab keine Zeit für das. Du musst mir vertrauen, Oma. Dieses Lied ist brilliant. Bis zum nächsten Mal. Ciao.